und Freunde zu einer weiteren Folge von Microsoft Attack of the Beat in Modpack Ja, ihr seht vor mir den Admiral in Austin und was er da wieder schönes angewächtet hat Ich bin unschuldig Du kannst hier nicht zwei Sekunden alleine auf den Server lassen und hab das Ding im Loch Alter, wirklich So ein schöner Ausblick Ach, da bist du Was ist denn hier passiert? Wenn du den Keller nicht ausleuchtest gescheit und da ein Creeper drin spawnt, kann ich nichts dafür Oh mein Gott, der war doch ausgeleuchtet Der war überall ausgeleuchtet, der Keller Ich hab die Dinge gesetzt Ich geh in den Keller und dann läuft mir ein Creeper entgegen Ach, lüg doch nie rum, ey Ich so Hab keinen Bock mehr, ey, wirklich Außer, ist das von einer schönen Abkürzung nach unten Ach, alte Frasse Geh weg da, mach die Kacke zu, ihr Nein, oben kannst du ja weglassen Ne, 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 ne Mach doch eben die Fackel hin, ich weiß schon, was du meinst Also hier unten ist nicht der Schuldige gewesen Ja, aber der war unten im Keller, der ist von unten rausgelassen Kann nicht sein Du hast wieder alles kaputt gemacht hier Klau mir doch einmal was hier Ne, ich glaub dir nicht Haben wir noch Fackeln? Oder Kohle? Oder irgendwas? Ja, sicherlich Ja, hier in den Scheißkisten überall dran, ne Ja, ich hab schon geklaut Was für ein Holz hat man eigentlich schon an das hier, glaub ich, ne Dieses Jakar, Madaga Jakaranda, wie auch immer, ja Ja Ach, das tolle Flieger musst du sein Ist das Mega gut Sexy Okay Jetzt haben wir heute so wenig Holz, Mann, weißt du, ich komm her und alles ist kaputt Ich hab noch ein bisschen Holz Na dann Auf geht's Auf geht's Steinziegel gebastelt Ihr was? Steinziegel Ich hab gerade noch Schaufel, aber anscheinend hast du dir geklaut oder dir ist kaputt gegangen Ich hab mir selber gebaut Ich glaube, du hast dich aber geklaut bei mir Oh Mann, ist das auch kaputt und ich hab keine mehr Aha, du hast ein volles Inventor, du Arsch, geh mal leer an deinen Inventar Woher weißt du das schon wieder? Ich weiß das halt, weißt du Dreist Richtiger Stalker hier Ich muss mich ja auch mal in meine Zuschauer versetzen können Achso, komm, gönn Ja, ja, so ist das Ich gönne jetzt ne Diamantschaufel Argus, was machen wir denn jetzt? Wir wollten eigentlich Obsidian bauen, ne? Ja, ich hab ja schon ein bisschen Obsidian, eigentlich Hast du das her? Hab ich abgebaut, hab ich doch gesagt Na wo denn? Ja, ich hab da irgendwo diesen Lavasee zugedingst, der da irgendwo war Ich hab ihn schon gesehen, da hinten, ja, ja, Nord-Nordwesten Zumindest Lava Hast du alles zugemacht, ja? Ja, nicht Ja, nicht alles, aber so ein bisschen halt Ja, Obsidian Schizzle Stimmt, ich wollte ja einen Crafting Table erstmal bauen Äh, einen Zaubertich, mein ich Nicht Crafting Table Äh, einen Eisenspitzhack oder Diamant braucht man dafür? Diamant, ne? Für Obsidian brauchst du Diamant, ja Diamant Letzend Da hast du das ganze Holz gebunkert Ja, ich geh mal Holz fahren Ja, ich hab noch sieben Blöcke, aber das war's auch Wir müssen den Eingang irgendwie größer machen Ich krieg den Ich krieg das Loch immer nicht getroffen Letzend Mach doch Sieh zu, dass du was tust für dein Geld Tja 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 Was ist da bezahlt hier? Ich Kleiner Kleiner Affe Ja, du Haben wir eigentlich irgendwo Leder oder so, Blödsinn? Was? Leder Ja Ja, sicherlich in den Kisten, muss man gucken Alles was es gibt ist in den Kisten Ich bin wieder Lava, jetzt überall Lava, 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 Spine Ne, doch nicht, was ist denn das? Packe, dann sind wir hier rausgekommen Tatsache Vom Arsch, da wird sie wieder rausgekommen hier, ein kleines Schweinchen Ich glaube nämlich, dass man für die Bücher Leder braucht, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich finde auch irgendwie keins. Sicherlich. Oh mein Gott, das ist ein Schwein. Warum ist hier noch ein Schwein drin? Wo ist das Stück Holz, was das Ding am Leben hält, den Baum? Ich sehe es nicht. Schwein, geh weg. Ah, ich habe Leder. Nice. So. Okay, das ist schon mal kein Buch. Spannend, dass der Baum nicht weggeht, trotz dass da eigentlich nichts mehr ist. Ah, naja, das ist das halt. Wie mache ich denn ein Buch? Irgendwo eine Spinne, ey. Musst du googeln? Naja, es gibt wie gesagt irgendwo die Funktion dafür, um zu wissen, wie was hergestellt wird. Wir haben von Attack of the B-Team so an sich, aber... Ich weiß nicht, wo genau. Warum sind eigentlich so viele Monster? Was ist los? Ich habe... Werde gesoffen? Keine Ahnung. Ich bin eine Spinne, willst du mich verarschen? Geh weg jetzt, ja. Vielleicht siehst du einfach nur lecker aus? Ja, natürlich, das sowieso. Aber, naja, trotzdem. Wie geht ein Buch? Das ist... Bugst du es echt gerade? Nein, tu ich nicht. Ich wollte schon sagen. Das wäre ein bisschen zu langweilig. Aber ich komme nicht drauf, wie man ein Buch macht. Na, Bücherregal musst du doch machen, oder nicht? Nee, ich glaube, ich muss erst mal ein einzelnes Buch machen. Aber wo ist der Baum hin? Ah ja, hier ist er. Hä? Nein, doch nicht. Der ist schon weg, der Baum. Sag, der ist weg. Wie ist das denn passiert? Was machst du denn für Sachen? Ich weiß nicht, der Baum ist einfach verschwommen. Er hat dich gesehen und dachte sich, ach scheiße. Ich bin im Haus, wenn, dann muss er dich gesehen haben. Nein, nein, er hat dich gehört, meine ich. Nein, er hat mich gehört. Ist klar. Ja, so ist das halt. Was ist das eigentlich für ein hässliches Haus, was wir hier haben? Ich weiß nicht. Einfach ab... Das ist ein Block, ist das. Den Grundriss hast du gehört, dafür kann ich nichts. Ich hab ja gesagt, du sagst, du sagst das checken. Ich komm echt nicht drauf, wie man ein Buch baut. Ich bin zu doof dafür. Ja, ja, wen wundert's? Hey. Ihr heute hast noch genug? Ja, ja. Voll die Punkt der Schie. Als wüsstest du, wie man ein Buch baut. War nett, ja, mein Pickaxe. Nur ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wie gesagt, es gibt irgendwo die Funktion, müssen wir mal gucken dann davon. Aber ich vergesse es immer wieder. Ich wollte auch letztens schon gucken, aber... Du erinnerst mich halt nie dran, weißt du? Das ist halt das Problem. Jetzt bin ich es wieder, ist klar. Ja, natürlich. Bist immer du. Hast du gerade die Fackeln rausgenommen aus der Kiste? Nein. Wo sind die Torches? Da sind sie. Ich bin unschuldig. Ja, ja, das sagen wir alle. Ja, natürlich. Natürlich. Wäre doof, wenn ich zugeben würde, dass ich Scheiße baue hier. Ja. Natürlich baust du Scheiße. Sieht doch alles scheiße aus, siehst du ja. Ich wäre aber wirklich so ein Obsidian-Generator. Das ist doch kacke, das hier. Das ist doch kacke. Ich will das nicht abbauen. Das dauert Ewigkeiten. WTF? Ich komme mir gerade verarscht vor. Ich habe mir doch gerade eine Schaufel gemacht. Bin ich jetzt vollkommen Banane? Ja, wie lange dauert es so ein Scheiß abzubauen? Das ist ja Wahnsinn. Normal. Oh, süß. Komm her, Schweinchen. Warum ist verdammt nochmal dieses Gras eigentlich immer so hoch? Was ist das denn? Ih, was ist das denn? Die Telefonzelle. Hä? Bein mit einer Telefonzelle auf sich drauf. Auch nicht schlecht. Warum Telefonzelle? Genau. Oder Postkasten oder irgendwas. Und was Großes. Hässliches. Hey, Dessi. Nein, der war gemein, natürlich. Der war mega gemein. Ich bin richtig verletzt, nur damit du es jetzt weiß. Wollen wir nicht auch noch Zuckerraum für die Bücher? Ja, das habe ich schon. Also, Papier habe ich schon ein bisschen. Okay. Aber du kannst gerne noch welches mitnehmen, falls du... Welches... Nee, Bambus sehe ich nur, stimmt. Bambus sehe ich nur. Ein Zuckerraum, was ich hier habe. Was mal mit Bambus anfangen habe, habe ich aber keine Ahnung. Na, ist doch egal. Wie gesagt, nach der Aufnahme sollten wir uns mal gucken, welche Tastenkombination das war, um zu sehen, was man aus was bauen muss oder wie man was bauen kann und so weiter. Wie gesagt, ich habe die Tastenkombination schon gesehen, nur ich habe sie vergessen. Ach, das ist doch das, was ich meine, Mensch. So wie du. Ja, und du weißt es auch nicht. Ich werde mich jetzt einfach nach der Aufnahme gucken, du doofkopf. Ja, vergiss sie eh wieder. Ich sage es jetzt schon. Natürlich vergesse ich das. Fremdlich vergesse ich das. Aber der Berg sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ich bin hier gerade am abchecken. Der hinter unserem Haus. Jo. Jo, der sieht schon mega geil aus. Ein bisschen kann man hier auf den Wolken stehen. Auf irgendwelchen... Ernsthaft? Ein Block blockt mich hier gerade. Nee, doch nicht. Irgendein Block hat mich gerade geblockt. Ich konnte nicht lang fliegen. Kann man hier so von anderer Richtung reagieren? Nee, kann man nicht. Kann man leider nicht. Gib's doch zu, dass du zu doof zu fliegen bist. Ja, ja, so bin ich halt. So bin ich halt. Das ist halt so. Kann man jetzt machen. Hm, eine dunkle Höhle. Was ist das denn? Das könnte was wohl sein. Eine böse dunkle Höhle. Oh nein. Äh, in der mir ein Gebiet. Nee, ne? Ja, ich wollte schon sagen. Sieht ziemlich scary aus hier. Also es sieht zwar nichts, aber es sieht ziemlich scary aus. Geht mal unser Haus zum bauen können. Sieht gefährlich aus. Dann bau mal. Ich bleib hier. In Sicherheit. In der Mini-Zombie, was willst du nur hier, du kleinen Mistratte? Komm. Na komm. Kaboom. So. Weggeburnt in das hässliche Drecks-Mini-Zombie-Viech. Bring mal Kohle mit. Ah, nee, wir haben noch Kohle. Wir haben noch Kohle. Wir haben noch Kohle. Bring, ja, bring du erstmal die Kohle nach Hause, ja? Ja. Schuff, du. Ich hab schon jede Menge Diamanten dafür mitgebracht. Die du nicht gewürtigt hast. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Also auf welche Koordinaten. Ups, ich hab das Screenshot gemacht, das wollte ich nicht. Wo sieht man das? F3. XY. 60, 64. Nee, Y ist die Höhe. Z ist... 160, okay, ja, 160 reicht, glaub ich. Also X ist um die 160 und Z ist um die 600. Ah ja, grob. Irgendwo hingeflogen, ich hab keine Ahnung, wohin. Man könnte sich auch irgendwo Marker setzen, auf dem Radar. Irgendwo, super. Alter. Ah, ich weiß wie. Hahaha. Ich krieg auch einen Arsch. Das will ich sehen. Du es. Da seh ich unseren Block. Da seh ich unseren Block und die hässliche kleine Hütte daneben. Viel Spaß beim reinfliegen. Ich spinne da drüben. What the fuck? Toll. Die kommen da rein. Nee, doch nicht. Nein, die sind... Die sind fette Spinnen. Au. Aha. Noob. Noob, noob. So. Machst du einen Käfig-Code? Ich hab grad einen Käfig-Code bekommen, was auch immer das heißen soll. Ja, weißt du, du hast ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt und du hast das Zeug bekommen. Ja, wie die Fledermaus. Ja. Ja. Ich hab dich bald noch schlagen, du Arsch. Ich hab dir gesagt in der ersten Folge, dass ich mich dafür räche, dass du mich gleich mal zu Beginn hier gehauen hast. Ähm. Ja. Ich hab nicht gewarnt. Tu nicht so, als hätte ich es nicht getan. Ah ja, hier. Hab schon, hab schon, hab schon. Home. So, jetzt sag ich mal ein Home-Gesetz, du Arsch. So. Ich hab jetzt Marker hässliches Haus. So, du hast nur ein Damage bekommen. Was ist das denn für eine Rüstung? What the fuck? Tja, Diamant-Rüstung. Haha. Das hab ich ja auch. Hörst du auf? Okay. Dann hängen wir auf. Okay, wir haben in der Folge noch nicht wirklich viel gemacht, oder? Ich will Obsidian haben. Ich brauch sehr viel Obsidian. Aua. Was willst du mit Obsidian eigentlich? Ich möchte mein Lager schön machen. Schön. Mit Obsidian? Okay. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber wie gesagt, mal mit unserem Obsidian-Generator. Ich weiß halt nicht, wie man den baut. Muss ich den mal gucken. Erst mal goggeln. Gogeln. Dann goggeln mal. Was willst du jetzt für ein Dings machen, für den Boden? Äh, ja, Stein-Ziegel eventuell. Ich bin grad schon ein bisschen am vorbereiten hier. Und dann aus dem Stein, was machst du dann? Machst du dann noch irgendwas anderes aus, oder wie? Ja, genau. Einen anderen Stein quasi. Ich mach aus Stein, Steine. Na, du kannst auch aus... Es gibt so ein Schizzle, was wir mal machen. Ich will diese verdammten Dings jetzt wissen, ey. Was willst du wissen? Na, dazu kann man es, glaube ich, machen. Es gibt irgendwo so ein Schizzle, so ein... Oh, wie hieß denn das Ding mit CHI? So ein Gerät, womit du halt aus den Blöcken was anderes machen kannst. Du kannst also aus den Blöcken... ...kannst du halt irgendwie noch andere Formen davon machen. Sie sehen auch ziemlich geil aus. Aber wie gesagt, so ein Schizzle brauchten wir dafür, glaube ich. Und dann organisieren wir eins, würde ich sagen, ne? Ich weiß, dass halt nicht wieder gebaut wird. Und das Ding werden wir halt wieder nicht sagen, wie das funktioniert. Nix kannst du. Schlimme dir. Sagst der Richtige. Das stimmt natürlich. Sag der Richtige. Guck gerade mal. Ja, das ist wunderbar. Also hier steht Diamant. Aber ich will halt... Wir müssen uns, glaube ich, mal die OP'n. Ich glaube, wir sind beide OPs aktuell. Ich kann zumindest auf irgendwas Listenwesiges hier zugreifen. Und ich glaube, ich kann mir die auch nehmen. Oder? Ja. Ja. Ups. Ups. Ja, ja, ja. Ja, du holst dir wieder das Diamantzeug, ne? Ist klar. Ja, aber eigentlich bin ich gar kein Mod mehr. Ich muss ihn mal ganz so wegschmeißen in die Lava. Ist hin, wo Lava? Ja, ja. Ich hab ja Game Mode eigentlich gerade auf Null gemacht. Aber trotzdem hab ich's noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Inventar irgendwie mod-bedingt da einfach so und nicht Game-Dingsbums. Also, nisch. Auf jeden Fall hab ich mir grad einen Stack scharf-spawnert. Habt ihr schon gesehen? Geh krallt. War eigentlich auch witzig, aber ich will ja nicht so sein. Ne, ist nicht witzig. Doch, ich bin schon. Nicht witzig. Nicht witzig. Wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Part mal gucken, wie das funktioniert. Wir sollten in diesem Part überhaupt mal irgendwas machen. Das stimmt. Na ja, dann los. Schaff mal was. Ich bin am suchen. Ich bin am suchen. Also, drück mal E also im Inventar. Ja. Dann gehen wir auf die Rüstung da oben. Ja. Jetzt hast du ja da in der Mitte die Rüstung, ne? So nach unten. Ja. Und ganz rechts diese Kanister und alles, was da steht, sind so später deine Dinge, wo du maximal dein Leben erhöhen kannst. Also so gelbe Kanister, gelbe Kanister, gelbe Kanister, grüne Kanister, glaub ich, die erhöhen unterschiedliches Leben und das kann man irgendwie immer zu 10 stacken. Das ist eigentlich ganz nice, aber... Krasser Schleiß. Kannst dich ja voll unbesiegbar machen. Ja, 150 Leben oder so, oder zumindest eine ganze Menge Leben. Aber es ist halt nicht so einfach, ne? Du brauchst auf jeden Fall sehr viel Zeug dafür. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt noch kriegen konnte. Weiß ich gar nicht mehr, weil es überhaupt so findbar war. Ja doch, es war findbar. Du musstest irgendwie bestimmte Items sammeln und 10 von diesen Items, die extrem schwer zu finden sind, dann kriegst du an so ein rotes. Und wenn du 10 von den roten, dann kannst du ja, glaub ich, so ein grünes machen und so weiter. Also es kann schon eine Weile dauern, aber ja, wir müssen doch wirklich irgendwas machen jetzt hier, ist langweilig grad. Ja, dann mach mal hier. Mach mal was. Ey, ich versuche was zu machen, aber ich krieg das scheiß Buch ja nicht hin. Schizzle, da ist das Schizzle-Ding, aber Schizzle. Sex, ich will dieses... Ups. Komm mal auf damit jetzt, ey. Ich hab grad ein paar Tasten durchprobiert, in der Hoffnung, ich find raus, wie man sich die Rezepte anzeigen lassen kann. Ja, das dachte ich auch, aber man kriegt das Zeug nur. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, aber dafür müssen wir, glaub ich, kein OP sein. Dafür dürfen wir kein OP sein. Die Schizzle-Ding, die sind nämlich gerade im Inventar, aber die brauchen wir. Schön, dass du die schon hast. Ne, die werde ich jetzt wegschmeißen. Hast du da das Blümchen gepflanzt? Ach man, ey. Was gibt's doch nicht. Ich, Leute, ich bin... Erwird. Oh mein Gott. Was wird's wieder getan? Ich hab den Block... ...einen Block weggemacht und... ...ich hab vergessen, dass da der Monster-Spawner drunter war. Oh mein Gott. Was tust du? Im Übrigen ist es... ...allgemein, du bist ein unklug, eigentlich ein Haus neben einem Monster-Spawner zu bauen. Fällt mir gerade so auf. Höchste Teilungslegend, muss ich sagen. Absolut richtig. Jetzt kannst du mal dein Dings machen hier, dein, 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 dein... ...du weißt schon. Mein. Ja, genau das. Genau. Deine Stone-Dinge da. Ich hab mich... Ja, äh, die brauchen erst mal im Ofen hier. Geduld. Du musst dich noch ein bisschen in Geduld üben. Und ich hab mich... Geduld hier, direkt den nächste... ...nächste Ofen direkt daneben packen. Go, go. Und ich hab mich gerade ein bisschen... ...was denn? Hast du getan. Vergiftet. Ich dachte, du hast dich nass gemacht. Das auch. Naja. Naja, jetzt hast du da zwei Öfen, ne? Übrigens noch aus der Info. Na, das ist cool. Absolut, ey. Ich brauch noch ein bisschen Cobblestone. Haben wir denn noch was? Ey. Ja, haben wir bestimmt noch. Haben wir bestimmt noch, aber ich find's jetzt nicht. Ich nämlich auch nicht. Ja, ein bisschen was hab ich noch gemacht. Dann sollten wir den nächsten Part wirklich mal runtergehen wieder, in die Höhle. Weil wir ein bisschen mehr brauchen. Wir haben noch nichts hier. Wir haben noch nichts. Null haben wir hier. Ne, wie gesagt, ich wollte erst mal ein Buch machen. ...dass wir unsere Pickaxe verzaubern können. Ah, schauss auf die Pickaxe, Mann. So ohne Pickaxe. Runter? Ich hab ja ne Pickaxe. Ja, aber du kannst eine noch viel geilere haben. Ui. Ja. Das brauch ich ja unbedingt, ey. Unbedingt. Ich muss nur draus finden, wie man ein Buch macht. Du musst nicht mehr mein Buch machen. Ne, geht ja auch nicht. Ne, ja. Mach du doch ein Buch. Wenn du meinst, du kriegst Sinn. Aber irgendwie geht das. Du musst ja irgendwie gehen. Ist ja gerade das Problem, dass du... Ach, Mann, ey. Ah, ich hab was gefunden. Aber das ist nicht das, was ich gerade... Du hast was gefunden? Doch, ich habe was gefunden. Aber das ist nicht das, was ich gerade wollte. Wenn du mal in den Inventar gehst und über ein Item mit dem... Wie ist es über ein Item mit dem Mauskorn und dann drückst du R. Dann siehst du, was du das erst mal erstellen kannst. Und da siehst du auch, wenn ich über den Obsidian-Button gehe... Aber das ist halt nicht das, was du... Doch, genauso auch. Geh mal rechts... Wenn du jetzt suchst, dieses Menü, gehst du jetzt auf dein Buch hoch und gehst über das Ding, aber klickst es nicht an, sondern drückst halt R. Da ist der Schizzle. Vier Eisenblöcke und ein... Wo haben wir die Eisenblöcke? Gebt mir die Eisenblöcke. Ich weiß zwar gar nicht, wofür ich den Schizzle brauche, aber ich will den haben. Ich habe keine Eisenblöcke. Aber ich habe jetzt ein Buch. Ich habe sie schon. Ich habe sie schon. Ich habe sie schon. Ja, und da war es ein Buch. Ja. So, jetzt muss ich nur... Ich habe mir offiziell ein Schizzle erstellt. Und jetzt konnte man, glaube ich, wenn man den Schizzle rechtsklickt, genau, dann kannst du so einen Block reinpacken. Und dann kannst du aus einem Obsidian-Block kannst du unglaublich viele andere Obsidian-Blöcke machen, die wesentlich geiler aussehen. Du bist zum Beispiel... Ah, es gibt so viele, aber ich weiß gar nicht, welcher so teurer. Ich hatte einen bei Trusted Betrayl, dem Projekt, der einen Obsidian-Storm, was richtig, richtig krass aussah. Aber ich sehe es gerade nicht, welcher das war. Du hast nicht zufälligerweise noch einen Diamant-Block? Ne, alles in der Kiste, wenn überhaupt. Also... Ja, ich glaube nämlich, für die dumme Zauberkiste braucht man zwei Stück. Wir haben nur noch einen. Das heißt, wir müssen echt mal wieder runtergehen. Und zwar jetzt. Wir werden jetzt in der nächsten Folge runtergehen. Nimm dir was zu fressen mit. Ist eine gute Idee. Nimm dir genug Fackeln mit. Ich habe 64. Ich habe eine. Dann nimm dir ein paar Sticks mit, dann kannst du dir da unten was machen dann. Raum Matten. Ja, Leute, jetzt geht es wieder spannend. Also jetzt, wir haben hier die ganze Zeit rumgerätselt, wo hier was zu finden war. Und jetzt können wir uns halt endlich... Machen. Der Arbeit widmen. Warum hast du da 24 Kohle reingepackt? Ja, das, was halt drin ist. Ah, das ist aber auch nicht gewesen. So, hier ist Stonebricks. Ach, jetzt stehst du da im Weg. Die da wollte ich als Boden eventuell machen. Wenn das an dem Herren recht ist. Mir ist das immer recht. Mein Lagerplatz, der ist dann eh woanders. Ach so. Ich kriege das festliche Haus, du baust dir die Luxus-Suite oder was? Aber Logo, was sagst du denn? Hier hast du komische Steinblöcke. Ah, ich schmeiße dir aber unter den Ofen. Wollen wir jetzt noch was zu futtern? Guck mal unter den Ofen, unter den einen. Da ist ein Steinblöcke. Aber ich weiß nicht, ob das... Das sind, glaube ich, die nicht, die du verbaut, ne? Na, da... Ich habe jetzt keine Ahnung, welchen Stack von den beiden ich im Eventar habe von dir ist. Aber okay. Yay! Okay, na gut. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Auch wenn hier nicht viel passiert wurde gerade. Aber es war wichtig gewesen, denn wir haben jetzt herausgefunden, wie man die Items hier... checkt, wie man die craftet. Craftet. Ice Chart. Kann man gar nicht herstellen, kann man nur finden. Ach, es gibt so viel, was man später mal machen kann. Das ist so... so krass. Obsidian, wo war Obsidian gewesen? Naja, hatte ich mir im Mittag gehabt. Äh, ich meine 240 Seiten... Inventar, sprechen wir sich. Ja, easy. Easy, wenn ich schüsse mal wegnehme, dann habe ich auch wieder die... ne, 220 Seiten habe ich bei mir. Wieso habe ich mehr Seiten? Weiß ich nicht. Naja, egal. Ist jetzt aber auch egal. Äh, wir sehen uns im nächsten Fall in der nächsten Folge wieder von Mindroff Trusted Betrayal. Dann geht es wieder unter schön in die Mine. Ganz, ganz viel sammeln, wenn wir nicht wieder nach fünf Minuten hochlaufen. Sondern das ziehen wir eine Weile durch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Mindroff Trusted Betrayal. Bis dann, Leute. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.